Hi Leute, ich bin Amelie, ich bin 35 Jahre alt und ich lebe derzeit in Medellin, seit drei Monaten. Und was mache ich hier? Ich studiere Spanisch, seit drei Monaten jetzt bin ich hier in Medellin mit der Nueva Lengua School zusammen. Und es ist super cool, ich lerne super viel, es gibt sehr viel Materialien, Lernmaterialien. Und ich habe damals in A2 angefangen im Spanischen und habe mich seitdem sehr viel verbessert und bin jetzt im Level C2, was mich natürlich sehr freut. Und ich lebe auch hier mit einer Gastfamilie in Kolumbien, ich wohne in El Envigado. Es ist ungefähr so 20 Minuten von hier weg und es ist super cool. Es ist ein super schöner kultureller Austausch mit der Familie und man lernt natürlich noch viel viel schneller Spanisch. Und ratet mal, ich bleibe natürlich noch länger, weil es super geil hier ist und die Schule super toll ist und ich werde noch weitere drei Monate hier bleiben. Also ich empfehle euch auf jeden Fall nach Medellin zu kommen und in der Nueva Lengua zu studieren. Ciao, ciao!